ist das lecker, ne? Herr Shadow, das ist lecker, war ich noch mit was von Heißhunger der das frisst? unglaublich, wir sehen den shadow bei der fütterung unser hund ist so edel, er darf aus wildroseteller essen ja, so ist es schön, frisst du nur mein engel shadow wünscht allen einen schönen abend und einen guten appetit wir sehen uns immer wieder